Deutschland sucht momentan Wege, um sich von russischem Gas und Öl unabhängig zu machen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist vor wenigen Tagen in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, mit dem Ziel, die Wasserstoffzusammenarbeit zu verstärken. Auch Katar steht im Fokus, das Land ist der größte Exporteur für Flüssiggas. Bei Habecks Besuch in Doha entstand allerdings ein Foto, das für Aufsehen sorgte. Darauf zu sehen ist der grünen Politiker, wie er sich tief vor Shaikh Mohammed bin Hamad bin Qasim al-Abdulla al-Thani, Minister für Handel und Industrie in Katar, verbeugt. Nun wurde Habeck in der ZDF-Talkshow Markus Lanz darauf angesprochen. Es geht um diese Demutsgeste, die wir hier sehen, fasst Lanz das Foto zusammen. Ich glaube, das Foto fängt die Situation noch nicht mal richtig ein, rechtfertigt sich Habeck. Er habe den Kopf geneigt, aber es waren keine demütigen Gespräche, ganz im Gegenteil. Wir sind dort sehr selbstbewusst aufgetreten, haben die kritischen Themen alle angesprochen. Der Emir sei ein großer Mann und deshalb sehe es so aus, wie es aussieht. Es sei eine wohl überlegte, gut vorbereitete Reise in ein schwieriges Land gewesen. Denn die Menschenrechtslage in Katar wird immer wieder kritisiert. Das Ziel, von Russland unabhängiger zu sein, rechtfertigt seiner Meinung nach einen Deal mit den Emiraten.